Herzlich Willkommen zu dieser Meditation. Mach es dir irgendwo bequem und suche dir einen Platz aus, wo du dich in den nächsten 20 Minuten ungestört aufhalten kannst. Vielleicht sitzt du irgendwo zu Hause auf einem Sofa oder sonst an einem bequemen Platz oder draussen in der Natur auf einem Bänkli und suchst den Geräusch der Natur. Du bist heute hier, mit dem Bedürfnis, in deine innere Verbindung zu kommen. Nimm einen Moment, ganz bewusst deinen Körper wahr. Wir fangen gerade oben an. Dein Kopf, dein Denken darfst du für diese Übung auf Stand-by setzen. Wir brauchen ihn gerade nicht. Wandere bewusst mit deiner Aufmerksamkeit von deinem Nacken zum Hals und deinen Schultern. Spüre, wie sie sich langsam entspannet. Nimm wahr, wie deine Wirbelsäule dich dreht. Wie sich dein Oberkörper hebt und senkt, während du ganz entspannt atmest. Atme bewusst ein und aus und komm in deinen eigenen Rhythmus. Spüre, wie deine Arme, deine Hände und Finger ganz relaxed, entspannt auf deinem Schoß liegen. Nimm wahr, wie sich auch dein Bauchraum hebt und senkt, mit allen inneren Organen. Dein Körper ist ein fantastisches Wunderwerk. Denn so viel funktioniert, ohne dein Zutun, einfach von alleine. Wandere langsam weiter mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Gesäß und beobachte, wie sich deine Sitzgelegenheit unter dir anfühlt. Gehe dann langsam weiter abwärts zu deinen Füssen, zu deinen Zähnen und spüre, wie der Boden dich dreht. Stell dir vor, dass aus deinen Fusssohlen Wurzeln herauswachsen, die ganz tief eindringen in die Erde. Die Wurzeln wandern immer tiefer und tiefer ins Erdreich. Vielleicht sind sie am Anfang ganz dick und werden immer dünner. Verästeln sich immer mehr und mehr ins Erdreich, sodass du ganz verbunden bist mit der Mutter Erde. Die Mutter Erde, die dich nährt, dir Halt gibt während deinem ganzen Leben und dich bedingungslos liebt. Spüre, wie du verankert bist mit der Mutter Erde durch deine Wurzeln, die sich mit ihr verbinden. Und stell dir dann vor, dass eine ganze grosse Energie durch deine Wurzeln aufsteigt, vor Mutter Erde, in deinem Körper. Die Energie steigt und steigt und du spürst, wie sie über deine Fusssohlen deinen ganzen Körper auffüllt, bis jede Zelle von deinem Körper das ist wie ein Auftanken. Das ist wie ein Auftanken. Spüre, wie geerdet und energievoll du jetzt bist in der Verbindung mit der Erde. So ähnlich wie ein Magnet, welches du angezogen wirst. Wandere von der Verbindung mit der Erde zu deinem Herz. Vielleicht magst du auch deine Händenmomente auf dein Herz legen. Nimm wahr, wie gross und weich und offen dein Herz ist. In deinem Herz flackert ein kleines Flammchen wie in einer Kerze. Diese Flamme ist dein höchster Selbst in dir. Du trägst in dir eine universelle Weisheit, die jede Antwort auf jede Frage kennt. Spüre einen Moment in deinem Herz und warte warm mit ihm. Geh dann langsam mit dir Aufmerksamkeit in deinem Kopf und stell dir vor, dass aus deinem Schädeldach ein kleiner silberer Faden emporsteigt. Du verbindest dich mit dem Vater Himmel und der göttlichen Kraft und der ganzen Energie aus dem Universum. Der Vater Himmel schenkt dir Freiheit, aber auch Halt, wenn du ihn brauchst und unterstützt dich in deinem Leben und ist immer für dich da. Du bist jetzt ganz verbunden mit der Erde, mit dir selber und dem Himmel. Setzt jetzt die Absicht der geistigen Welt ganz nahe sein. Wir wenden uns zuerst dem geistigen Team und in einem weiteren Schritt einem liebevollen Verstorbenen, damit du merkst, dass es zwei unterschiedliche Energien sind. Begrüsse also jetzt dein geistigen Team, das dir während deinem ganzen Leben Unterstützung bietet und für dich da ist. Das Team können Geistführer, Engel, Krafttier sein und die göttliche Verbindung. Je nachdem, an was du glaubst, wird sich dir die geistige Welt unterschiedlich zeigen. Wenn du Lust hast, mache mir gerade eine Übung. Du kannst schliesslich sagen, liebes geistiges Team, bitte lasse mich spüren, dass ihr anwesend seid. Bei meinem Rücken und bei meinen Schultern darf ich kribbeln und Wärme wahrnehmen, die ja darf entstehen. Ich melde mich in ein paar Minuten wieder, damit du ein bisschen Zeit hast, die Begegnung auf dich wirken. ein bisschen anwesend anwesend Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es kommen Menschen in dein Leben und es gehen wieder Menschen aus deinem Leben. Aber du bist mit dir ein ganzes Leben zusammen. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, in all deinen Jahren, während deinem Leben verbringst du mit dir, bis zu deinem letzten Atemzug. Du hast die Wahl, dein Leben mit dir in vollen Zügen zu geniessen, dein Leben in der Fülle zu sehen, respektvoll und freundlich mit dir zu sein und liebevoll mit dir umzugehen, Tag für Tag. Im Wissen, dass du unterstützt wirst von der geistigen Welt, von deinem Team, aber auch von den lieben Verstorbenen und nicht alleine bist auf deinem Weg. Komm dann langsam mit dem Bewusstsein wieder zurück ins Jetzt. Spür wieder, wie sich deine Sitzgelegenheit unter dir anfühlt. Bewege langsam wieder deine Arme, deine Beine. Strecke dich und atme ein-, zweimal tief ein- und aus. Tief ein- und aus. Und komm wieder ganz zurück ins Jetzt. Und wenn du bereit bist, öffne langsam wieder deine Augen. Danke fürs Zuhören. Kckm hier am nächsten Mal. Bist du bereit bist, öffne langsam wieder deine Augen. Kckm